Michael nickte lachend, und Maria war sich in diesem Augenblick sicher, dass ihr Bruder und ihre beste Freundin den Laden meistern und ein wunderbares Leben miteinander führen würden. Sie ergriff Michaels Hände und drückte sie. Das ist alles, Schwesterlein? fragte ihr Bruder überschwänglich und schloss sie fest in seine Arme. Erst Wochen später traf Maria wieder auf Friedrich, als sie bei mildem Herbstwetter mit ihrer Tochter und dem Kinderwagen durch Elbing schlenderte. Wortlos ging sie an ihm vorüber. Friedrich Menz war in dieser kurzen Zeit gealtert und wirkte verloren. Maria empfand weder Genugtuung noch Schadenfreude. Doch auch das Mitleid für ihn war verschwunden. Stattdessen blickte sie hoffnungsvoll nach vorn. Nalani und Richard gaben ihr Halt, obwohl sie das Gefühl hatte, es nun auch allein mit der Welt aufnehmen zu können. Sie hatte sich gegen ihre beiden Dämonen zur Wehr gesetzt. Das verängstigte Mädchen, das noch vor einem Jahr im Heilig-Geist-Hospital darauf gehofft hatte, Hungers zu sterben, gehörte der Vergangenheit an. Ein Wermutstropfen blieb jedoch und betraf Raiana und Christian. Sie schienen zufrieden. Beide bewohnten nun ein kleines Haus am Stadtrand zur Miete. Doch Michael hatte ja bereits angedeutet, dass Raianas Unruhe wuchs. Es konnte also sein, dass die beiden schon bald wieder aufbrechen würden. Das Wissen, das Christian, Carlos Cousine, beschützte, beruhigte Maria jedoch. Außerdem wusste sie, dass Raiana das Leben unter freiem Himmel gut kannte und liebte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.